Die Eisfigur In einer kalten Winternacht, als der Schnee die Landschaft in ein stilles Weiß gehüllt hatte, wanderte Emily allein durch den düsteren Wald. Der knirschende Schnee unter ihren Stiefeln und das leise Heulen des Windes waren die einzigen Geräusche, die sie hörte. Plötzlich tauchte aus dem Nebel eine verlassene Hütte auf. Emily wagte sich zögernd hinein und das Knarren der Tür hallte wie ein unheilvolles Flüstern durch den Raum. Sie spürte, dass sie nicht allein war. Der eiskalte Hauch eines unsichtbaren Atems streifte ihren Nacken. Als sie sich umdrehte, sah sie schemenhaft eine Gestalt im Fenster, eingefroren in einem fahlen Lichtschein. Die Gestalt war eine eisige Figur mit glasigen Augen, die in die Tiefe ihrer Seele zu blicken schien. Ein kaltes Lachen drang durch den Raum. Verängstigt versuchte Emily zu fliehen, aber die Türen schlossen sich mit einem dumpfen Knall. Die Kälte umhüllte sie wie ein eisiger Mantel. Die eisige Figur bewegte sich näher und ihr leises Flüstern drang in Emelies Verstand. Du wirst für immer hierbleiben, eingefroren in dieser frostigen Nacht. Die Hütte schien den Atem des Winters zu atmen, während Emily verzweifelt nach einem Ausweg suchte. Der Schnee tross in vielen dichten Flocken und die Welt verschwand langsam in einem weißen Albtraum. In dieser eisigen Einsamkeit erkannte Emily, dass sie nicht nur gegen die Kälte kämpfte, sondern auch gegen eine dunkle Präsenz, die in den verschneiten Schatten lauerte. Die Kälte